fangen wir mal an mit perfekts also ich werde mich auf vielen fakten berufen also viele fakten werde ich aufzählen beziehungsweise auflisten aber ich werde auch meine persönliche meinung mit reinbringen ja ja die per linken schaltet man ab level 4 frei ihr max level ist level 42 die tundra schaltet man ab level 28 frei und ihr max level ist auch level 42 ich würde sagen fangen wir mal mit der pelican an mit deren post die pelican aimt im allgemein schneller ins scope als die tundra das ist punkt 1 punkt nummer 2 ihr movement ist auch schneller also ich finde wenn man die pally spielt also per linken ich nenne sie immer pally ist man auch allgemein einfach schneller movement es fühlt sich alles move an das rutschen das nach dem sprung ins scope gehen solche sachen halt ja dritter punkt und vierter punkt sind meine meinung ich finde das einfach so ich finde die per linken sieht einfach besser aus als die tundra ich mag halt rundes sniper viel mehr als eckige die tundra ist mir einfach einer nur beim schaft zu eckig oder im scope einfach das scope oben ist auch viel zu kantig finde ich die pelican ist da im allgemeinen mehr abgerundet sieht mir geiler mehr smoother aus ja punkt nummer vier die nachlade animation der pelican ist auch einfach viel smoother viel sieht besser aus aber punkt drei und vier ist wie gesagt ansichtssache das müsst ihr für euch entscheiden was man schöner findet oder was auch nicht kommen wir jetzt zum ganz 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 großen contra der pelican die pelican gibt einfach viel mehr hitmarker als die tundra es ist leider so sie gibt so viele hitmarker das ist unmenschlich also ab oberen brustkorb bis zum kopf ich würde schon fast sagen schulter ohne spaß ich würde schon fast sagen schulter gibt sie keine hitmarker unter der schulter beziehungsweise unter dem oberen brustkorb gibt sie einfach so viele hitmarker das ist ich würde sagen schon 90 prozent hitmarker ja so hier blende ich noch mal die stats ein der pelican damit ihr die auch sehen könnt ja kommen wir jetzt zur tundra die tundra ganz großes pro also das ist ganz klar eine one shot sniper die pelican ist auch eine one shot sniper ja aber die tundra ist einfach mehr one shot sniper kann man das so sagen ich glaube kann man so sagen dass einfach mehr diese one shot babam ja ich würde sagen ab unteren brustkorb gar keine hitmarker mehr absolut mehr damage contra wie ich schon bei der pelican gesagt hatte die tundra ist einfach langsamer im movement und langsamer scope und meine meinung sie sieht einfach scheiße aus also sie sich enjoy die waffe einfach nicht vom aussehen her ja sie gibt aber mehr damage also ne muss jeder für sich selbst wissen so hier nochmal die stats der tundra damit ihr seht was ich meine ich vergleiche die pelican jetzt mal mit der tundra ja mein fazit mein fazit die tundra ist im allgemeinen langsamer als die pelican aber macht dafür mehr damage also für die die dings leute die auf heads gehen auf heads clips gehen spielt die pelican für die leute die mehr damage haben wollen spielt die tundra also ich bin so einer aim higher dann läuft das mit der pelican ganz einfach die leute die sich beschweren dass es hitmarker gibt aim higher und dann hast du kein problem mehr aim auf den kopf aim auf über auf dem hals und dann passt der shit also meine opinion nicht das kommt das ist besser das besser meine opinion ja für alle noch mal my opinion denn ich finde die pelican einfach besser weil ich bin so ein mensch ich brauche einfach dieses run and gun gib ihnen full movement rein in die olga und deswegen finde ich die pelican besser rein in die oberen